Aktuellen Stunde hat Katja Kipping für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Wahrheit ist bekanntlich das erste Opfer eines jeden Krieges und die ersten menschlichen Opfer sind oft unschuldige Zivilisten. So auch bei Erdogans Angriffskrieg auf Afrin. Zu den ersten Opfern gehört eine syrisch-arabische Flüchtlingsfamilie, eine Familie, die Monate zuvor vor islamistischen Milizen aus der Provinz Idlib geflohen war. Sieben Menschen, darunter ein kleiner Junge, starben in der Nacht vom 19. zum 20. Januar, weil ihre Unterkunft von einer türkischen Bombe getroffen wurde. Im Namen der Linken verurteile ich diesen türkischen Angriffskrieg zutiefst. Heute reden wir über Erdogans Angriffskrieg. Doch wir vergessen nicht, dass im Bürgerkriegsland Syrien die Zivilgesellschaft auch an anderen Orten leidet und stirbt. Die syrische Armee des Assad-Regimes, islamistische Terrorgruppen, die NATO, die USA, Russland und der Iran führen Krieg in Syrien und natürlich die Türkei. Ja, Syrien ist ein Schlachtfeld der Großmächte und der Regionalmächte. Und das erste Opfer sind die Syrerinnen und Syrer selber. Sie haben kaum eine Chance auf Frieden oder auf Demokratie. In der kurdischen Enklave Afrin im Süden Syriens leben eine Million Menschen. Davon sind etwa 300.000 Menschen Geflüchtete, die aus anderen Regionen Syriens kamen. Afrin ist also nicht nur ein kurdisches Gebiet, es ist auch eine Schutzzone für Flüchtlinge innerhalb von Syriens. Und auch das macht diesen Krieg von Erdogan so verbrecherisch. Was mich wütend macht, ist das Schweigen der Bundesregierung. Die türkische Armee tötet Zivilbevölkerung in Afrin. Angela Merkel schweigt. Erdogan droht alle Kritiker dieses Krieges, Zitat, an ihren Hälsen aufzuhängen. Sigmar Gabriel beschwichtigt. Erdogans Kampfflieger zerstören eine 3.000 Jahre alte Tempelanlage in Afrin. Ursula von der Leyen taucht völlig ab. Ja, diese Bundesregierung, Frau Merkel, Herr Gabriel, Sie kriegen einfach die Zähne nicht auseinander für eine eindeutige Verurteilung dieses Angriffskrieges. Ich halte Ihr Schweigen für einen Kniefall von Erdogan. Wir, die Linke, fordern Sie auf, stoppen Sie endlich alle geplanten militärischen Kooperationen mit der Türkei. Die Rüstungsgeschäfte mit dem Erdogan-Regime sind ein sicherheitspolitischer Wahnsinn. Herr Gabriel traf sich ja neulich mit dem türkischen Außenminister auf eine Teestunde. Und ich frage ihn, hat ihn dabei Ihr Amtskollege davon erzählt, dass die türkische Armee gerade zu einer islamistischen Garde umgewandelt wird. Es gibt Berichte, wie die türkische Armee zusammen mit islamistischen Milizen die Grenze überquerte. Dabei sangen sie dschihadistische Gesänge, freuten sich darauf, alle Kurdinnen und Kurden zu vernichten, weil sie Ungläubige sind. Und begleitet wurden sie dabei von Leopard-II-Panzern geliefert aus Deutschland. Herr Gabriel, ist das die neue Sicherheitspolitik der NATO? Hand in Hand mit Islamisten? Mich gruselt das. Erdogans Generalstab verkündet, dass dieser Angriff sowohl mit Russland abgestimmt ist, wie durch EVEX-Aufklärungsflüge der NATO unterstützt wird. Wenn das stimmen sollte, dann leistet die Bundeswehr über die Aufklärungsflüge Beihilfe zu Erdogans Angriffskrieg. Frau Mertel, Herr Gabriel, ziehen Sie die Bundeswehr endlich aus Konja ab, beenden Sie das EVEX-Programm, es ist höchste Zeit dafür. Das Schweigen der Bundesregierung geht Hand in Hand mit einer zunehmenden Kriminalisierung der Kurdinnen und konkret der JPG. Zur Wahrheit dieses Angriffskrieges gehört aber auch, die kurdische JPG ist und war das Bollwerk gegen den Terror des islamistischen Staates. Sie hat entschieden geholfen, die Jesidinnen vor den Schlechtern des IS zu retten. Ich finde es daher besonders erbeschämt, dass die NATO, die USA, das Russland, das Europa, das offenbar alle bereit sind, die Kurdinnen und Kurden in Syrien zu opfern und das zugunsten einer Komplizenschaft mit dem Erdogan-Regime. Was für eine Schande für alle Großmächte! Sehen wir der Wahrheit ins Gesicht. Erdogan will alle Kurdinnen aus Afrin vertreiben. Dabei versuchen diese, in einem Bürgerkrieg eine zivile kommunale Verwaltung aufzubauen. Sie stehen für die Gleichheit von Männern und Frauen und für Religionsfreiheit. Ja, ich finde, die Kurdinnen und Kurden haben mehr mit den freiheitlichen Werten unseres Grundgesetzes zu tun als das Erdogan-Regime. Das sollte uns zu denken geben. Auch deswegen tragen heute viele von uns kurdische Farben. Ich komme zum Schluss und sage nochmals an die Adresse der Bundesregierung. Ihr Schweigen ist ein Kniefall vor Erdogan. Beenden Sie dieses Schweigen, setzen Sie ein Zeichen für Frieden und Demokratie und stoppen Sie endlich die Rüstungsexporte. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Kipping. Nächster Redner in der Aktuellen...